Oh Scheiße, ich bin gerade mit meinem Fuß irgendwie geknickt und das fühlt sich wirklich echt richtig übel und ich habe gerade richtige Schmerzen, also richtig innerliche Schmerzen, also durch den Knochen und richtig durchgehen. Ich könnte wenden, dass ich die nächsten zwei, drei, vier Tage diesen Fuß nicht bewegen kann. Wir werden nur dürftig genau hier unter dieser Treppe pennen und wenn jemand versagt, dann ist das ein Notfall und ich habe so Schmerzen. Ich freue mich, wenn ich gleich in meinem Schlafsack, Dio, das ist echt nicht cool. Das ist total entzündet und Schmerz und Schmerz und Schmerz. Ich will einfach nicht aufhören zu schmerzen. Guten Morgen, wir haben genau hier Notfallbivakiert, direkt auf so ein, genau, da wo die ganzen Leute rumlaufen und mein Fuß geht sehr, sehr schlecht. Das schmerzt immer noch, ich kann überhaupt nicht drauf auftreten. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Das ist Survival-Situation. Guck mal, guck mal wie angeschwollen mein rechter Bein ist. Also ich habe gerade versucht, mal einen Schuh anzuziehen und das ist eine absolute Qual. Ich kann überhaupt nicht drauf auftreten. Ich weiß nicht, wie ich das später machen soll, mit einem Rucksack und so weiter. Thank you.